Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenausblick und ja, nächste Woche wird dann endlich die Entscheidungswoche kommen und zwar erwarten uns einerseits die CPI, also die Inflationsdaten, andererseits erwartet uns der Zinsentscheid, also nächste Woche wird es wahrscheinlich eine sehr, sehr volatile Woche geben und das bereits am Dienstag und am Mittwoch und das kommt natürlich auch selten vor, dass wir Inflationsdaten und den Zinsentscheid innerhalb von einer Woche haben, aber wir schauen uns jetzt an, was das momentan zumindest für die Märkte bedeuten könnte, wo die nächsten Widerstände sind, wo Supportzonen sind. Wir blicken auf Bitcoin, wir blicken auf den SPX, wir blicken auf den Dow Jones und natürlich auch auf den DXY, doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne einen Kommentar da lassen und auch gerne in die kostenlosen Telegram Talk und Signal Gruppen reinkommen. Gut und damit habe ich jetzt genug Eigenwerbung gemacht, ich würde sagen wir starten jetzt direkt durch mit dem Wochenausblick und zwar blicken wir mal noch ganz kurz auf die vergangene Woche und zwar hatten wir die Erzeugerpreise gestern, also nach jetzigem Stand gestern, die leider etwas höher waren als Prognose. Prognose lag bei 5,9%, eingetreten sind dann ungefähr 6,2% und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man sehen will, wenn die Inflation nach unten gehen soll, müssen wir natürlich auch niedrigere Erzeugerpreise sehen. Das hatten wir in Deutschland bzw. auch in der EU jetzt im Fall, Erzeugerpreise deutlich, deutlich nach unten gegangen, daraufhin auch die Inflation und das könnte jetzt ein möglicher Turnaround Punkt nochmal werden. Dass die Inflationssorgen jetzt doch wieder ein bisschen höher kochen, nachdem die Erzeugerpreise doch ein bisschen gestiegen sind, müssen wir uns das mal genauer anschauen und zwar blicken wir da mal ganz kurz gleich zu Beginn auf den Ölpreis und schauen uns da einfach mal ganz kurz an, wie sich denn dieser im Gegensatz zum letzten Jahr mal ganz kurz entwickelt hat. Wir sind ja auf dem Daily Chart, blicken jetzt ganz kurz mal auf die Dezember-Kursen und das sehen wir, da haben wir ja im letzten Wochenausblick schon drüber gesprochen. November, Dezember sind ein bisschen kritisch, je nachdem wann da gemessen wurde, hatten wir hier unser Peak oder hier unser Low eben Ende November bzw. Anfang Dezember. Und momentan nähern wir uns genau an diesem Low. Also das heißt, der Ölpreis im Gegensatz zum letzten Jahr ist auf jeden Fall noch ein bisschen höher als jetzt letztes Jahr zum November. Und das war eben dieser Punkt, wo wir gesagt haben, okay November, Dezember könnte noch einmal kritisch werden, was jetzt zumindest Öl und Gas etc. pp. noch anbelangt, bevor es dann wirklich im Januar, Februar, März dann deutlich, deutlich nach unten gehen könnte. Weil danach ging eben krieglos, danach sind die ganzen Preise explodiert und das kann natürlich auch gut für die Inflationssorgen sein. So, jetzt schauen wir mal noch ganz kurz einen Blick, nachdem jetzt Erzeugerpreise und Ölpreise jetzt erstmal abgehackt sind, was wird denn überhaupt erwartet? Und da schauen wir direkt bei der CME Group. Es wird erwartet eine Basispreiserhöhung von ungefähr 0,5 Basispunkten. Also dass wir hier so eine Range zwischen 4,25 und 4,5 haben, sagen ungefähr 78%. Das lag schon mal bei 85%, dann kam aber natürlich wieder die Powell-Rede, wo dann wieder so, ja man weiß doch nicht oder so, ob man es doch wieder erhöht. Mittlerweile gehen nur noch 21% davon aus, dass wir eine Zinserhöhung um 0,75%, also 75 Basispunkte bekommen. Also es ist momentan zumindest so eingepreist. So, was machen wir jetzt aber, wenn am Dienstag die Verbraucherpreise kommen? Also wir haben Inflationsdaten hier, prognose liegt bei 7,3. Also wir wissen jetzt aber, Ölpreis deutlich, deutlich höher als letztes Jahr. Also wie gesagt, das ist so eine ganz, ganz knappe Zunge. Die Erzeugerpreise sind gestiegen. Was macht die FED? Wir haben einen Immobilienmarkt, der möglicherweise kurz vor einem Crash liegt, nachdem die Zahlen ja immer weiter so unter die Hand gekehrt werden, sage ich jetzt einfach mal, wenn man das so sagt. Würden die sich wirklich trauen, diese 75 Basispunkte zu erhöhen? Das wird sich zeigen, also 5% sind ja bis nächstes Jahr ungefähr die Zielmarke, 5 bis 5,25%. Wir haben einen Immobilienmarkt, der am Anschlag ist und dann kommen jetzt am Dienstag die Inflationsdaten um 14.30 und die werden meines Erachtens eine Richtung vorgeben. Sollten die wieder erwarten, die 7,3% überbieten, das heißt wir kommen hier wieder vielleicht sogar in den Bereich der 7,5, 7,7. Das heißt, wir hätten unser Low und kriegen jetzt eventuell so ein kleines Doppeltop, wo wir ja auch schon seit Monaten darüber reden, dass es bisher immer in der Vergangenheit zwei Tops gab, aber natürlich nicht in diesem Zeitraum. Normalerweise kommen die dann über zwei, drei Jahre nochmal. Das heißt, die Inflationsdaten gehen komplett runter. Dann wird wieder Geld en masse gedruckt, weil die Wirtschaft komplett im Arsch ist mit Rezession, mit Arbeitslosigkeit etc. pp. Und dann kommt eben dieser zweite Peak. Es wäre meines Erachtens zu früh für einen zweiten Peak, aber die Erzeugerpreise, die jetzt wiederum gestiegen sind, könnten nochmal so einen kleinen Dämpfer geben. Aber für mich persönlich nur vorübergehend, weil ihr kennt es, wir haben es jetzt gerade eben angesprochen, Ölpreis, Gaspreis kam alles in Form des Krieges dann, wo explodiert es Weizenpreise, Transportkosten natürlich auch. Corona gab es damals noch, das lässt natürlich jetzt alles nach nach einem Jahr. Das heißt, wir haben die Vergleiche oder die Preise sind natürlich im Gegensatz zu vor einem Jahr dann natürlich komplett eingebrochen. Das heißt, die Inflation würde dann auch sehr, sehr schnell zurückgehen, dass wir da vielleicht sogar eine Zielmarke sehen. Aber das kann natürlich dann auch bedeuten, okay, Arbeitslosen steigen, es werden immer mehr Entlassungen geben, auch wenn sich das momentan noch nicht wirklich auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Aber dazu kommen wir dann später nochmal ein bisschen genauer. Aber wie gesagt, das sind die ersten Daten, auf die es am Dienstag um 14.30 Uhr auf jeden Fall ankommen wird. Wenn die höher sind, haben wir natürlich das Risiko, dass die Fed dann doch nochmal sagt, okay, nee, wir machen 75 Basispunkte, um wirklich safe zu gehen, dass wirklich alles crasht, damit wir die Inflation runterkriegen, die sowieso früher oder später sinken wird. Also die nächsten paar Monate aufgrund eben dieser Preise, die sind nicht mehr so hoch wie vor einem Jahr. Also wie gesagt, guckt euch das einfach mal an. Wir hatten hier einen Top im März beim Ölpreis von 127 Dollar je Barrel. Wir haben uns jetzt fast halbiert. Also das heißt, früher oder später wird sowieso Inflation, weil die Preise einfach deutlich nach unten gegangen sind, zurückgehen. Die Frage ist nur, geht die Fed jetzt den Weg und denkt sich so, jo, lass mal halt alles crashen oder halt nicht. Momentan sind halt eben diese 50 Basispunkte eingepreist. Ich glaube auch ganz ehrlich, auch wenn jetzt Inflationsdaten minimal oder genauso hoch sind, wie erwartet, dass man auch bei den 50 Basispunkten bleibt. Aber das Risiko wird natürlich bei höheren Inflationsdaten nochmal deutlich, deutlich größer, obwohl wir dann wissen, die nächsten Monate kann es eigentlich nur bergauf gehen. Ja, das kommt dann am Mittwoch, am Dienstag die CPI-Daten und dann kommt natürlich dann am Mittwoch, da sind wir dann wirklich am Mittwoch, da haben wir das Zinsentscheid um 20 Uhr. Ja, wie gesagt, Prognose haben wir uns ja angeguckt, also vorher waren wir jetzt bei 4% Prognose, könnt ihr gerne nochmal hier reinschauen. Ich schicke euch auch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein, dann könnt ihr dann selber nochmal nachgucken, was so eingepreist ist. Wie gesagt, Mittwoch sind dann diese 4,5% dann eingepreist, zumindest momentan, nach jetzigem Stand 80% ist eigentlich eine gute Trefferquote, kann man sich ganz gut Ausschau damit halten. Es sind halt dann angepreist, sollte es so kommen und jetzt gehen wir auch schon gleich in die Märkte rein, fangen wir an mit dem Dow Jones. Und wenn es wie eingepreist kommt, sollte danach in der Rede um 20.30 Uhr nichts gravierendes mehr kommen, werden die Märkte wahrscheinlich sehr, sehr wenig darauf reagieren. Außer es kommt dann irgendwie noch positive News, dass man sagt, okay, noch eine Zinserhöhung, maximal zwei und dann ist Schluss erstmal, dann machen wir eben diesen Pivot und cutten erst einmal, weil danach wird die Inflation komplett runter sinken. Und dann wird man wahrscheinlich eher das Problem haben, zu hohe Zinsen, zu wenig Inflation möglicherweise sogar, wenn man dann sogar schon das 2-3% Ziel erreicht, wird es natürlich dann kritisch und dann wird wahrscheinlich wieder Geld in den Markt gepumpt. Also muss man da mal gucken, was für Aussagen sind. Und momentan hält sich der Dow Jones auf jeden Fall noch gut. Wir befinden uns weiterhin hier um das Golden Pocket. Klar, wir haben uns die Woche mal so ein bisschen rücksetzer gesehen. Gut, war jetzt nicht unbedingt verwunderlich. Wir haben hier einen extrem, extrem Run hinter uns, wenn wir uns das mal angucken, von ungefähr 20%, was für die traditionellen Märkte sehr, sehr viel ist. So, sollten die Daten positiv sein, kann ich mir gut vorstellen, dass wir nächste Woche nochmal so einen kleinen Point, na, was ist denn das jetzt? So, jetzt aber, dass wir nochmal so einen kleinen Pump in die Region hier um 35.180 Punkte ungefähr kriegen. Hier liegt das 0786er und hier liegt unsere Widerstandszone, sieht man hier ganz gut, diese grüne Zone, dass wir die zumindest nächste Woche mal antesten. Und da einfach mal schauen, okay, Jahresendrallye wird sich fortsetzen oder nicht. Die Woche hat sie sich ein bisschen abgekühlt, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es die Woche ein bisschen, mal ein bisschen bergab gehen könnte, aufgrund des Volumens, was so langsam aus dem Markt geht. Wir haben genug Rallye hinter uns und jetzt müssen wir halt nächste Woche warten, wie jetzt eben die Zahlen sind. Dienstag und Mittwoch wird sich das entscheiden, Montag könnte nochmal ein bisschen positiver sein, aber Dienstag und Mittwoch wird die Lage angespannt sein. Was wird passieren? Haben wir danach Klarheit, wissen wir auch die Richtung. Aber momentan das Ziel, erst einmal nach oben hin sind einfach die 35.200 Punkte. Da liegt unser 0786er, da liegen unsere Widerstände. Das wäre nochmal so ein Punkt, den wir antesten könnten. Und da müssen wir gucken, was die FED eben noch so dazu sagt. Ansonsten liegt unser Support hier weiterhin bei ungefähr 32.800 Punkten hier. Uns von unserem Falling Broadening Wedge erst einmal und nach unten hin, wie gesagt, haben wir eigentlich noch eine große, große Lücke. Aber da muss da halt wirklich schon was passieren, dass wir hier diese Lücke erst einmal noch füllen. Weil China hat, wie gesagt, ein bisschen runtergeschraubt, was die Covid-Strategie und sowas ist. Das heißt, es gibt Lieferkettenprobleme, werden immer weniger. Das ist alles relativ bullisch für die Märkte. Und wenn man, wie gesagt, der Dow Jones knabbert hier schon langsam wieder am All-Time-High, das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht so bearish, wie man meinen mag. Der Markt preist die Zukunft ein, meistens so sechs Monate im Voraus. Und da sind die Aussichten mit sinkender Inflation etc. pp. eigentlich ganz gut. Aber es ist weiterhin, und das ist eben der Punkt, der meines Erachtens weiterhin einfach missachtet wird. Wobei er jetzt langsam auch immer mehr aufkocht, ist dieser Immobilienmarkt in den USA. Wenn der crasht, dann aber richtig. Und das braut sich einfach meines Erachtens schon seit Monaten zusammen und wird sich auch die nächsten Monate weiter anbrauen. Und es könnte sein, dass wir nochmal zum einen All-Time-High zum nächsten kriegen. Dass wir dann eben diese zweite Inflationswelle nochmal bekommen und dann der Immobilienmarkt komplett crash. Das wäre dann dieser zweite Punkt und davon rede ich ja auch schon seit Monaten. Und der Bereich ist noch nicht da, wo ich jetzt sagen würde, okay, nächste Woche bricht der Markt. Aber es sind die ersten Anzeichen, die wir 2007, 2008 auch hatten, bis dann der Immobiliencrash im Endeffekt kam. Und darauf sollten wir auf jeden Fall achten. Gut, kurzer Blick noch auf den SPX, also S&P 500. Auch hier gleiches Spiel. Downtrend, Falling, Broadening, Reg. Hier haben wir drüber gesprochen, wir haben es nicht geschafft. Hier drüber, wir hatten genau an unserer Trendlinie ein Wig drüber, kein Close drüber und wurden dann zurückgewiesen. Golden Pocket hat nicht gehalten, daraufhin gab es uns erst einmal einen kleinen Abverkauf. Und hier wird es natürlich sich dann auch der nächste Woche entscheiden. Kriegen wir dann hier nochmal so einen kleinen Bounce nach oben. Sag mal irgendwas, so jetzt aber. Kriegen wir nochmal so einen kleinen Bounce da hoch in diesen Widerstandsbereich. Dann hätten wir auch hier so ein kleines Head & Shoulders, aber Leute, bitte nicht traden. Werden wir dann hier nochmal zurückgewiesen. Sehr wahrscheinlich, dass wir dann runter in diese Box hier nochmal gehen, um ungefähr 3.800 bis 3.760 Punkte. Hier haben wir nochmal so einen größeren Wig, wo möglicherweise nochmal gefüllt werden könnte. Nach unten hin haben wir jetzt keine CME Gips mehr. Das ist schon mal ein gutes Zeichen hier, zumindest beim SPX, zumindest vorübergehend erst einmal. Müssen wir dann aber auch gucken. Ansonsten hat der SPX noch eine Menge, Menge aufzuholen im Gegensatz zum Dow Jones. Wir haben unsere vier Berührungspunkte. Beim fünften könnte dann das Breakout folgen. Also es kommt wirklich darauf an. Kriegen wir ein Close, ein Daily Close über diesem letzten Hoch bei ungefähr 4.102 Punkten. Dann ist es Bullish. Dann können wir auch die Reise, sag ich mal, zumindest hier oben in unser CME Gap bei ungefähr 4.220 US-Dollar starten. Und dann müssen wir natürlich gucken, werden wir hier zurückgewiesen oder können wir einfach die Reise nach oben hin fortsetzen. Das wird sich aber dann am Dienstag und am Mittwoch, sag ich mal, feststellen, wie dann im Endeffekt auch natürlich die Zahlen sind. Nasdaq auch ganz kurz der Blick dazu. Hier haben wir ja weiterhin massive Stellenentlassungen bei den ganzen Firmen. Und jetzt kommen wir nämlich gleich schon zum nächsten Punkt. Und das ist dann natürlich der Donnerstag. Freitag haben wir keine Meldungen, schon mal so vorab. Und zwar am Donnerstag haben wir dann die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kommen dann nämlich auch wieder um 14.30 Uhr. Und hier kommt so langsam jetzt so dieser Turnaround-Bereich rein. Wir haben jetzt letzte Woche waren, glaube ich, die Meta-Entlassungen drin. Das müssten jetzt schon die Twitter oder nächste Woche dann die Twitter-Entlassungen drin sein. Und so langsam wirkt sich das natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt aus. Ihr seht hier, die Prognose war eigentlich fast immer so zwischen 220 und 230. Wir haben die Prognosen meistens massiv verfehlt. Es gab teilweise einfach weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber so langsam kommt eben so dieser Turnaround-Punkt rein. Man sieht es auch hier oben in dieser Grafik ganz gut. Man sieht hier diese Lows, diese Lows. Und so langsam, auch wenn es nur minimal so ein marginaler Schnitt ist, kommt so langsam dieser Turnaround-Punkt nach oben. Und das könnte dann auch natürlich, wenn jetzt die Fettzinsen nochmal so einen Batzen erhöht, sagen wir um 0,75 Basispunkte. Oder auch um 0,5. Das reicht eigentlich schon. Das ist schon zu viel. Könnte das weiter Auswirkungen vor allem auf die ganzen Tech-Werte haben, auf die großen Firmen. Momentan haben wir auch letzte Woche die Non-Farmen-Payrolls angeguckt, die Landwirtschaft, also Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Das läuft alles noch. Es läuft noch zu gut, damit die Fett sich noch keine Sorgen machen muss. Aber dieser Punkt kann schneller kommen, als man denkt. Und genau dann muss man eben aufpassen. Und momentan sieht es eben danach aus, dass so langsam aber sicher diese Bewegung reinkommt. Das heißt, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Ich rechne mit diesen 0,5 Basispunkten auf jeden Fall Erhöhung höher. Würde mich einfach wundern, je nachdem, wie die VPI-Daten, also Inflationsdaten sind und natürlich dann auch der Zinsentscheid. So, wir haben momentan noch eine gute Beschäftigungslage. Es werden aber immer mehr, vor allem bei den Tech-Firmen, Leute entlassen. Man sieht es überall. Es werden immer mehr Leute entlassen. Und wir wissen auch nicht, wie manipuliert diese Daten sind. In Deutschland sind die ganzen Arbeitslosenzahlen natürlich auch von oben bis unten komplett manipuliert. Passt es überhaupt? Gibt es überhaupt die Wahrheit wieder und so? Muss man natürlich alles ein bisschen aufpassen in dem Aspekt. Aber ich sehe jetzt den Monat nochmal als sehr, sehr kritisch an. Ab Januar, spätestens Februar, Kriegsbeginn, merkt euch, sollten die Daten komplett, einerseits die Inflationsdaten in den Keller gehen. Und danach könnte auch wirklich dieser Punkt kommen, wo Arbeitsmarkt dreht, wo Immobilienmarkt dreht. Darauf müssen wir dann achten. Und das könnte dann wiederum dazu positiv für uns sein. Arbeitslosenzahlen gehen höher. Es könnte wieder dazu kommen, dass Kohle gedruckt wird, also Geld gedruckt wird, en masse, um die Wirtschaft dann wiederum zu retten. Rezession wird kommen. BlackRock hat es gestern gesagt, wobei man da immer ein bisschen aufpassen muss. Die größte Rezession aller Zeiten kommt auf uns zu oder irgendwie sowas. Klar, BlackRock nicht zu ernst nehmen. Könnte natürlich auch einfach ein Ding sein, dass jetzt jeder Short geht und dann im Endeffekt der Markt gepumpt wird. Weil das wird zuerst passieren, der Markt wird gepumpt. Dann, wenn eine Rezession eintritt, die Rezession ist eingeplant, wenn nicht sogar schon vorüber. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, nächstes Jahr wird ein deutlich, deutlich bullischeres Jahr. Den Monat jetzt nochmal, könnte nochmal reinscheißen, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Und danach könnte es deutlich, deutlich bullischer auf jeden Fall sein. Aber wie gesagt, wir haben beim Nasdaq die nächsten Widerstände bei ungefähr 12.400 US-Dollar. Hier oben das Golden Pocket, da sind wir noch nicht mal hingekommen. Könnte jetzt dann nächste Woche, je nachdem wie eben die Zahlen sind, wenn sie deutlich positiver sind, wird es natürlich auch Auswirkungen hier auf die Märkte haben. Und dann wird alles wahrscheinlich wie blöde Pumpen. Und da kommen wir dann natürlich, wir machen erst noch ein DXY dazu, kommen wir natürlich auch zum DXY zu sprechen. Wir befinden uns hier am dicken Support, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, genau auf dem Dollar haben wir uns hier erstmal Support gebildet. Momentan so ein kleiner doppelter Boden. Der Downtrend hält aber hier zumindest momentan noch, also dieser dynamische Widerstand. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir noch so ein kleines Lower Low kriegen oder sogar hier runter in den Bereich der 103 kommen. Das wird sich dann natürlich je nach den Inflationsdaten dann am Dienstag und nach dem Fettentscheid nochmal ändern. Zinsentscheid wird wahrscheinlich besser, also diesen 0,15 eingepreist könnte nochmal kurz einen Push geben. Aber dass wir jetzt nochmal hier hoch in den Bereich um 107, erst einmal kommen, wage ich zu bezweifeln, außer es kommt eine dicke fette Überraschung. Und Bitcoin dann dazu auch natürlich noch, schauen wir uns mal ganz kurz an. Aber da möchte ich wieder auf den Binance-Chart zu sprechen kommen. Wir sehen weiterhin sehr, sehr hohes Volumen. Also es wird weiterhin sehr, sehr hoch akkumuliert hier in diesem Bereich. Klar, das Abverkaufsvolumen war heftig, aber so langsam nimmt auch hier wieder das Volumen zu. Was mich hier ein bisschen so einschüchtert, muss ich schon ganz ehrlich dazu sagen, ist diese lange Akkumulation mit steigendem Volumen, aber keinen steigenden Kursen. Und das ist immer noch so ein Punkt, wo ich sage, boah, nochmal so ein kleines Retracement nach unten hin. Die Frage ist, wie tief? Wir haben noch, wie gesagt, die Vector Candles bei ungefähr 15.800 US-Dollar. Das würde dann hier in diesem Bereich, wo dieses Volumen hier unten gebildet würde, nochmal bedeuten, dieser Abverkauf. Und dann könnten wirklich die 20.000 US-Dollar kommen. Aber wie gesagt, die 15.800 und halt eben dieses Volumen, was jetzt hier in den Markt kommt. Und das ist, darauf achten wir, da haben wir ja die ganze Zeit drüber gesprochen, wo wir hier oben diese Seitwärtsphase hatten. Dieses steigende Volumen, dann kam der Crash, wo wir mit gerechnet haben, weil einfach die Akkumulation zu heftig war, aber nicht für steigende Kurse gesorgt hat. Genau das gleiche Spiel haben wir momentan hier in einer langen Seitwärtsphase, die jetzt mittlerweile seit 30. November geht. Und seitdem sich hier sehr, sehr wenig tut, zumindest auf dem Daily Chart, nimmt das Volumen wieder zu. Und das möchten wir eigentlich nicht sehen. Wir möchten steigendes Volumen in einen Abtrend sehen und nicht in einer Seitwärtsphase, weil damit, das heißt einfach, der Markt ist zu schwach. Die Kraft reicht nicht, um steigende Kurse zu bringen. Das heißt, wir gehen nochmal eine Etage tiefer und versuchen es dann nochmal von neun. Und dann wären auch hier die 20.000 US-Dollar auf jeden Fall in einem Bereich des Möglichen. Gut, damit solltet ihr gut gerüstet sein für die nächste Woche. Ich werde dann wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch mal live gehen, mal zwischendurch. Wahrscheinlich eher Mittwoch, Dienstag glaube ich jetzt nicht, weil das mag ich immer nicht so. Da warte mal lieber mal ein bisschen ab. Aber ansonsten sollten wir gut gerüstet sein für die nächste Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns dann morgen wieder. Morgen kommt dann Beginner Guide Teil 3. Meine Trading Strategien, könnt ihr euch riesig darauf freuen. Es ist ein langes Video geworden, aber auch ein sehr, sehr ausführliches. Also für alle, die Traden lernen wollen oder sonstiges, gerne morgen vorbeischauen. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wir hören uns morgen wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar da lassen, Telegram-Gruppe kommen. Das war es von mir. Bis morgen. Ciao, ciao und stay crypto.